Jace, ruf bitte die Paw Patrol zusammen. Geht klar, Ryder. An alle Mitglieder der Paw Patrol, an alle Mitglieder der Paw Patrol, kommt schnell zum Versammlungsplatz. Da sind wir, Jace, was gibt's denn? Was gibt's denn, Jace? Freunde, Ryder wollte ich, dass ich euch zusammenrufe. Wir machen heute eine Versammlung. Das Team ist komplett. Freunde, es ist Frühling. Ihr wisst, was das heißt? Der Frühjahrsputz steht auf dem Programm. Wir müssen die Rettungsstation waschen und überall den Müll einsammeln. Lasst uns auch neue Bäume einpflanzen. Das ist richtig, Freunde. Ihr seht, es gibt viel zu tun. Na los, packen wir's an. Was. 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 Ere. Du. Was. Und ich bediene die Kehrmaschine. Ich sammle diese Steine ein. Und die Äste nehme ich auch mit. Und ich kehre den Rest voll auf. So, Ma. Mit diesen Bürsten können wir das Hauptquartier waschen. Marshall, ich wasche das Dach. Und damit es schön sauber wird, schäume ich das Dach ein. Und ich bringe unsere Rutsche zum Glänzen. Und jetzt wasche ich den Schaum weg. Hey, Zuma. Pass doch auf. Du hast mich ganz nass gemacht. Tut mir leid, Marshall. Unser Hauptquartier ist picobello sauber. Wir haben die Bäume gebracht. Los, Rubble. Lass sie uns gleich einpflanzen. Ich gratuliere euch, Po-Patrol. Das habt ihr toll gemacht. Überall ist es blitzblank sauber. Tschüss. Ich hab für den Spielplatz einen perfekten Platz gefunden. Los, komm. Ich komme, Rubble. Du hast recht. Das ist der perfekte Platz für einen neuen Spielplatz. Los, lass uns alles abladen. Los, lass uns alles abladen. Ich bereite den Untergrund vor. Tschüss, komm mal. Ich hab hier was gefunden. Rubble, ich glaub das sind Dinosaurierknochen. Das ist ja interessant. Du hast recht, Chase. Ob's hier wohl noch mehr Knochen hat? Ich rieche was. Ich rieche was. Ich rieche was, Chase. Lass uns gleich mal nachschauen, Rubble. Oh, schau mal, was ich gefunden habe. Ich glaube, hier hat's auch Knochen. Ich glaube, hier hat's auch Knochen. Wow, das Skelett ist ja riesig. Tschüss. Und was machen wir jetzt mit diesen Knochen? Hm, ich weiß nicht, Rubble. Wir können ja Nicole um Hilfe bitten. Nicole, Nicole. Wir brauchen deine Hilfe. Hallo, Rubble. Hallo, Chase. Ihr habt nach mir gerufen. Oh, was habt ihr denn da gefunden? Schaut mal, das sind uralte Dinosaurierknochen. Die müssen wir ins Museum bringen. Aber das Museum ist so weit weg. Wie sollen wir die Knochen denn da hinbringen, Nicole? Ich weiß, wer uns helfen kann. Thomas, die kleine Lokomotive. Lasst uns die Teile aus der Schachtel holen. Ui, das sind aber viele Teile. Ja, Freunde, wir haben viel zu tun. Lasst uns anfangen, das Gleissystem zu bauen. Ich hab die, die Knochen zu bauen. Ich hab die Knochen zerbruch. Das sind die Knochen übers gesessen. Haben Sie sich schon mal gekommen oder schwarzen? Auch wenn die Knochen übernommen, Denn ich darf nicht, wenn sie auf den Knochen übernehmen. Ich habe diesen Knochen mit Mälen gekäut. Das war's für heute. Tschüss, und wir können ja die Knochen in unsere Autos laden. Prima, Rubble und Chase haben uns die Knochen gebracht, aber wo ist denn Thomas die Lokomotive? Oh, schaut mal, da ist hier Thomas. Dann lasst uns die Knochen einladen. Thomas, wir haben die Knochen in deinen Waggon geladen. Kannst du sie jetzt bitte ins Museum bringen? Dann lasst uns die Knochen in die Knochen in die Knochen. So, Thomas die Lokomotive hat die Knochen zum Museum gebracht. Paw Patrol, ihr habt uns auch geholfen, Dankeschön. Gern geschehen Nicole. Los Chase, lasst uns wieder an die Arbeit gehen. So, Freunde, wart ihr schon mal in einem Museum? Und was habt ihr da alles gesehen? Schreibt's mir doch als Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Hallo Freunde, heute ist für das Paw Patrol Team ein großer Tag, denn heute üben wir den Ernstfall. Mal sehen, ob alle Mitglieder da sind. Hier Nicole. Wupp, wupp. Ah, Suma und Marshall sind im Hauptquartier. Und hier sind Rocky und Chase. Aber wo ist denn Rubble? Da bin ich. Prima, das Paw Patrol Team ist komplett. Jetzt geht's los. Als erstes machen wir eine Übung zum Aufwärmen. Prima, na dann los. Los Rocky, lass es anfangen. Ach. Ui. Ach. Ui. Ui. Ach. Ich bin mit dem Parcours fertig. Rubble, warte auf mich. Ach. Huuupp. Uuuuup. He he he. Hop. Hop. Uuu. Uuuuuh, jetzt caliberig. Oh, ich darf nicht runterfallen, das ist gar nicht so einfach. Noch ein bisschen, ich hab's geschafft. Prima, das Paw Patrol Team hat sich aufgewärmt. Jetzt kommt die erste Aufgabe. Marshall und Zuma müssen zum See. Los Marshall, beeil dich. Ich bin gespannt auf unsere Aufgabe. Oh Freunde, schaut mal. Die Kinder haben ihren Ball in den See geschmissen. Mal sehen, ob Zuma und Marshall ihn da wieder rausholen können. Hm, Marshall, es wird gar nicht einfach den Ball da rauszuholen. Wie sollen wir das denn schaffen? Ich versuch's mal. Oh oh, der Ball ist zu weit weg. Zuma, hast du eine andere Idee? Marshall, ich denke mit den Ästen hier könnte es gehen. Ach, Marshall, alleine schaff ich das nicht. Hilf mir. Ich komme, Zuma. Gut gemacht. Ich frage mich, was für eine Aufgabe Nicole für uns vorbereitet. Chase, auf dich wartet eine schwere Aufgabe. Du musst einen Kran hochklettern. Miau, miau, miau. Oh, schaut mal, Freunde. Die Katze sitzt auf dem Kran fest. Ich glaub, sie kann alleine nicht mehr runter. Mal sehen, ob Chase sie retten kann. Miau, miau. Ich klettere gleich hoch. Tschüss! Mäu! 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 Halte durch, Kätzchen. Ah, oh, oh, ui, da bin ich. Halte dich gut fest, Kätzchen. Miau, miau, gleich haben wir es geschafft. Hopp, hopp. Ui, huu, wir haben es geschafft. Miau, prima, Kätzchen hat es geschafft. Rubble, Rocky, seid ihr bereit für eure Aufgabe? Wir sind bereit, Nicole. Was müssen wir denn machen, was müssen wir denn machen? Ihr müsst auf der Baustelle eine Aufgabe lösen. Na dann mal los. So, Schaut mal, der Bagger kann im Steinbruch diesen harten Felsen nicht zerkleinern. Mal sehen, ob Rubble es schafft. Prima Rubble! Und jetzt, Rocky bist du dran. Oh, schaut mal wie es hier aussieht. Alles liegt voll mit Müll. Rocky, das musst du sauber machen. Alles klar Nicole, ich erledige das. Und jetzt, ich kann es nicht mehr mit Müll. Und jetzt, ich kann es nicht mehr mit Müll. Ich bin fertig. Prima, die Paw Patrol hat alle Aufgaben der Übung gelöst. Juppi! Paw Patrol, seid ihr alle da? Juppi! Oje Mine, ein Unfall. Freunde, wir haben einen Einsatz. Ich habe einen Notruf erhalten. Alles klar Ryder, Chase und ich fahren gleich zum Einsatzort. Der Sturm hat großen Schaden angerichtet. Am besten wir trennen uns. Den Baum kann ich nicht alleine aufstellen. Am besten ich frage Rubble um Hilfe. Rubble, Rubble! Bin schon unterwegs. Los Rubble, bring deinen Bulldozer in Stellung. Ihr könnt wieder weiterfahren. Dann kam eruiert. Spann starten! Brute, Brute. Es ist ein besonderes Wurff! Plägg. Der Pärsland- Es ist kein Schaden. Und das ist dem Schaden. Ich gehe schnell und erstatte Ryder Bericht. Ryder, wir haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Hilfe! Hilfe! Es brennt! Feuer! Freunde, über der Stadt sehe ich Rauch. Das ist ein Einsatz für das Löschteam. Los, Uma! Wir müssen uns beeilen. Wuff! 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 Springt auf, Freunde. Ich fahre euch zum Einsatzort. Los, Uma! Lass uns das Feuer löschen. Machen Sie sich keine Sorgen. Meine Freunde löschen das Feuer. Prima, Uma. Wir haben das Feuer gelöscht. Lass uns zurück ins Hauptquartier. Hm, ich sehe gar keinen Rauch mehr. Ich glaube, die Jungs haben das Feuer gelöscht. Wir haben das Feuer gelöscht. Applaus Wuff! Vielen Dank.